Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung des wohl größten Blockbusters des Sommers, oder einer der größten Blockbuster des Sommers, The Suicide Squad, in dem James Gunn diesmal nicht bei Marvel, sondern bei DC zeigen darf, was er kann. Ich bin das Du und mit mir hat den Film sich angeguckt, der Timo. Grüß dich Timo. Ja moin moin aus Flensburg, alles Du. Timo, kannst du unseren Zuhörern kurz erklären, was erwartet sie denn inhaltlich, wenn sie am 5. August ins Kino gehen und Suicide Squad, bis Suicide Squad gucken? Sie sehen ähnlich wie im 2016er Suicide Squad eine Truppe von Expendables, würde ich fast sagen, also von Menschen, die im Gefängnis sind und die von der bereits bekannten Amanda Waller, wie immer sehr, sehr fies porträtiert von Viola Davis, rekrutiert werden, um eine Mission zu tätigen oder zu erledigen, die vermutlich für normale Seals oder normale Soldaten entweder zu riskant wäre oder einfach nicht möglich wäre. Und wir erleben einige neue Gesichter, wir erleben einige altbekannte Gesichter aus dem 16er Suicide Squad. Und ja, eine Frage, die wir vielleicht heute auch noch klären müssen, ist das jetzt, was ist das jetzt eigentlich? Ist das jetzt ein Sequel? Ist das ein Reboot? Ist das einfach was Neues, was Frisches? Das werden wir wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs noch ein bisschen gucken. Und ansonsten, viel mehr ist an dieser Story am Knochen ja gar nicht dran, so an Fleisch. Die Frage, welche Art von Film das ist, können wir gerne jetzt schon behandeln, denn das ist durchaus interessant, weil James Gunn sowie Warner sprechen hier von einem Soft-Reboot. Weil du hast es ja schon gesagt, es gibt Figuren, die kennen wir aus dem ersten Suicide Squad, also zum Beispiel Harley Quinn oder Captain Boomerang oder Rick Fleck, aber halt eben auch ganz, ganz viele neue Figuren. Wie fandest du das? Hättest du dir lieber wirklich so einen kompletten Neustart gewünscht? Oder ist es dir ehrlich gesagt vollkommen egal? Das ist eine schwierige Frage, weil der Film an sich ja schon mit 132 Minuten eine gewisse Länge hat und ich mir die Frage gestellt habe, wie ich zum Beispiel eine Amanda Waller, ich setze da bei diesem Charakter schon viel auf das Vorwissen des ersten Teils oder aus dem 2016er eher Suicide Squad. Und dementsprechend macht es sich Gunn ja bei der einen oder anderen bekannten Figur auch etwas leichter und geht nicht nur so sehr in die Exposition und in die Einführung der Charaktere, sondern sagt, die kennt ihr ja schon, da kann ich euch ja mit alleine lassen, das könnt ihr schon selber eingruppieren. Und so sind dann einige Szenen einfach sehr, sehr elegant gemacht und sehr, sehr kurz geraten, ohne dass man jetzt denkt, naja, aber jetzt weiß ich ja gar nicht, wer das oder wer dies ist. Das ist schon okay. Ich selber stelle mir immer wieder die Frage beim DCEU oder wie auch immer man das jetzt nennen mag, also bei den DC-Comic-Verfilmungen im Hause Warner, ist das eigentlich immer noch so, dass da ein Plan dahinter steckt oder ist man jetzt mittlerweile durch die verschiedensten Stolpersteine, auf die man gestoßen ist, ist man jetzt so frei, dass man sich einfach sagt, ach komm, ist auch egal, wenn das jetzt, ob das jetzt ein Soft-Reboot, ein Hard-Reboot, ob das ein Prequel, Sequel oder ein Betweenel ist, Hauptsache das ist einigermaßen qualitativ schaubar und es macht ein bisschen Geld für uns, das ist ja nun auch ein rein finanzieller, lukrativer Aspekt. Und dementsprechend finde ich das gar nicht so entscheidend, was die Auswirkungen auf die Qualität des Films hat. Ich finde das sogar sehr angenehm, dass man gesagt hat, also hier sind fünf, sechs Figuren, die kennt ihr schon, wir machen jetzt nicht nochmal so eine neue Geschichte daraus. Das ist ja, finde ich, mit das Furchtbarste, wenn man eine Figur schon hat, am Talking to You Thor 3 und man hat den zwei, drei Filme oder sogar zwei Ensemble-Filme mit Ultron, Age of Ultron und The Avengers hat man diese Figur kennengelernt und weiß eigentlich, was man kriegt. Und auf einmal ist diese Figur nicht kohärent. Und das, finde ich, hat man hier sehr, sehr geschickt gelöst. Glaubst du denn, dass man The Suicide Squad auch gucken und verstehen kann, wenn man den Suicide Squad von 2016 und auch den Harley Quinn-Film Birds of Prey nicht gesehen hat? Ja, also gerade Birds of Prey halte ich für nicht kanonrelevant, sozusagen in der Geschichte. Und die Ausgangslage, die kann man zur Not, wenn ich jetzt mal daran denke, irgendwie, wenn man seine Partnerin oder Partner oder sonst wen mit hat, der wirklich damit noch gar nichts anfangen konnte, dem kann man ja zumindest kurz erläutern, das sind Inhaftierte, die sollen Missionen für die Regierung übernehmen, die gefährlich sind. Das liegt daran, dass in der Filmwelt des ersten Teils Superman ja tot ist und dementsprechend Amanda Waller sich Gedanken macht, Mensch, was machen wir denn bei der nächsten Bedrohung? Sollen wir da eigentlich unsere, in Anführungsstrichen, guten, ehrhaften, heldenhaften Soldaten nutzen oder sollen wir nicht lieber, ja, Leute nehmen, auf die die Regierung und auch die Gesellschaft ja schon eher einen Dampf draufgesetzt hat und gesagt hat, naja, die sind ja Verbrecher, also brauchen wir die eigentlich nicht, sperrt sie weg. Und wenn sie weggesperrt sind und über gewisse Fähigkeiten verfügen, die andere nicht haben, das ist, finde ich, immer die große Frage bei so Ensemble-Filmen, was kann der eigentlich, was braucht der eigentlich, was nicht auch Person XY als, was weiß ich, nicht Mutant oder nicht Verbrecher oder nicht Superheld, was kann der, was kann der mir liefern, was für den Plot dann auch relevant ist. Und das ist schon, finde ich, eine Frage, die sich auch Gunn gestellt hat, das merkt man auch an der einen oder anderen Stelle und die hat er in vielen Fällen geschickt beantwortet. Und James Gunn ist ja dank seines Erfolgs bei Marvel, also Guardians of the Galaxy Vol. 1 und 2, ja, aktuell einer der ganz heiß geliebten Regisseure in dieser Comic-Verfilmungsblase. Und er hat ja das Suicide Squad ja gemacht, weil er ja kurzzeitig mal von Disney gefeuert wurde wegen so ein paar alter Treats, wo ein paar unschöne Gags aufgetaucht sind. Mittlerweile wissen wir, okay, er wurde wieder eingestellt und dreht diesen Sommer auch endlich Guardians of the Galaxy Vol. 3. Und ich finde, James Gunn ist ein guter Regisseur. Der hat seine ganz eigene Handschrift. Ich kenne den guten Mann schon von damals, als er noch für Troma Drehbücher geschrieben hat und Filme gedreht hat wie Tromio und Juliet. Und ich finde, der hat sich so dieses Zynische immer beibehalten. Und er ist sehr gut darin, mit Figuren umzugehen. Vor allem gut damit, mit Teams umzugehen. Also wenn in der Geschichte ein Team vorkommt, wie zum Beispiel bei den Guardians of the Galaxy, wo das ganz formidabel geklappt hat, diese Außenseiter in den Fokus zu stellen. Bei der Suicide Squad versuchte das auch und es gelingt ihm teilweise auch. Ich finde aber, das Problem ist, dass zum einen die Figuren teilweise halt wirklich abgefuckte Psychopathen sind, wo es mir dann schon schwerfällt, da irgendwie Sympathien entgegenzubringen. Und das andere ist, es sind einfach zu viele. Ja, er hat sich da, dadurch, dass er, um ein bisschen auszuholen, diese Geschichte, die du erwähnt hast, die Disney ihn vorläufig, oder die dazu geführt hat, dass Disney ihn vorläufig entlassen hat, das war natürlich ein, muss man wirklich sagen, ein Segen für Warner, die nun ja fest mit einem Sequel für The Suicide Squad geplant hatten. Und da unter anderem auch Gavin O'Connor plus Co-Autor schon engagiert hatten, um Regie und Drehbuch zu übernehmen. Und dann kam natürlich auch aufgrund von Terminproblemen bei den schon Ausgesuchten kam dann dieses Fenster, das man sah, James Gunn ist verfügbar und hat natürlich auch Lust. Und wenn man James Gunn natürlich die goldenen Schlüssel in die Hand gibt und sagt, du hast die freie, volle, kreative Kontrolle, das ist ja nun in Hollywood, wenn das auf Papier auch so steht, ist das ja das goldene Ticket wie bei der Charlie and the Chocolate Factory. Dann muss man das nutzen. Und James Gunn hat das genutzt und hat sich den Stoff, der vorhanden war, also Comicvorlage etc., hat er sich dezent auch zu eigen gemacht. Ich finde auch, der Film hat genug, wie man so modern sagt, genug James Gunn, DNA. Aber ich gebe dir vollkommen recht, da sind einige Figuren drin, bei denen es einem sehr, sehr schwierig gemacht wird, diese Likeability zu entwickeln. Man hat das Gefühl, auch das ist mit, es ist ein bisschen der kleine Taschenspielertrick, also diese Reverse Psychology. Ich zeige dir jetzt, wie edgy und wie ekelhaft diese Figur sein kann. Und dann gucken wir mal, was im Laufe der Handlung mit dieser Figur passiert. Dann werden wir mal gucken, ob du diese dann noch, ob du dann noch dabei bist und nicht mitleidest und nicht mitfühlst. Ich meine da jetzt so eine oder anderthalb Figuren, bei denen es mir auch wirklich schwer fiel. Kommen wir aber vielleicht im weiteren Verlauf des Gesprächs drauf. Und ja, ansonsten, wer also die Guardians-Filme abgefeiert hat, der wird hier einfach ein James-Gunn-Film, wie ich finde, den man auch, also James Gunniger kann man eigentlich fast kaum sein, wenn man auch an seine anderen, in Anführungsstrichen, Mainstream-Werke, wie zum Beispiel Slither denkt. Also da habe ich schon auch noch diverse Parallelen empfunden und auch gesehen. Und ich würde auch so weit gehen und sagen, The Suicide Squad ist wirklich, wie du auch schon gesagt hast, der James Gunnigste aller Mainstream-Filme, weil er halt wirklich diese carte blanche bekommen hat. Und das sieht man halt vor allem auch im Härtegrad. Der Film hat eine FSK-16-Freigabe. Ich finde aber, vor 10 bis 20 Jahren wäre The Suicide Squad ein Film gewesen, der hätte eine FSK-18 bekommen und hätte große Chancen gehabt, wenn er dann auf ins Heimkino kommt, ja, von der BPJM auf dem Index gesteckt zu werden. Also der ist wirklich blutig. Es ist jetzt kein durchgängiges Schlachtfest und viele dieser Bluteffekte kommen auch leider aus dem Rechner. Aber es gibt wirklich Szenen, die fand ich für diese Art des Unterhaltungsfilms auch unpassend tatsächlich. Also ich möchte jetzt auf Spoiler-Grunden nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es kommt in einer Szene zu einem regelrechten Massaker von Unschuldigen. Und das nutzt der Film dann für so einen zynischen Gag. Und da dachte ich mir so, nee, das sagt mir gerade echt gar nicht zu. Ja, interessanterweise war das Gelächter an dieser Stelle der PV mit am größten. Bei mir auch, ja. Nur bei mir, also ich habe geschmunzelt und gleichzeitig habe ich wieder diese Edginess, dieses ich zeige mal, ich gucke mal, wie weit ich euch bringen kann, dass ihr diese Figuren nicht mögt. Und dann gucken wir mal, ob ihr da auch noch seid, ob ihr da auch noch sagt, für den würde ich nicht durchs Feuer gehen oder diesem Figur bringe ich keine Sympathie entgegen. Und das ist ein schwieriges Spiel von Gunn, weil er natürlich damit auch ein bisschen seine Fanbase oder die Leute, die ihm bisher sehr wohlgesonnen waren, auch Kritikerseits, dass er sie ein bisschen auf die Probe stellt. So wie weit kann ich eigentlich die, wie weit kann ich die Regler aufdrehen, was Gewalt angeht, was auch durchaus das Übertreiben und Überzeichnen von so einer Situation angeht. Dann nehmen wir es mal in dieser Szene, ohne jetzt zu spoilern. Nehmen wir es mal als gegeben, dass das Unwissenheit der Figuren war. Dann ist das natürlich auch plotmäßig relativ günstig gelöst, sage ich es mal. Und ich selber bin, um nochmal auf den Härtegrad einzugehen, sehr, sehr überrascht. Dem hätte ich persönlich als FSK auch eine 18er gegeben. Ich habe ehrlich gesagt jetzt nicht recherchiert, obwohl ich Lust gehabt hätte, wie die Begründung der FSK ausgefallen ist. Ich vermute allerdings, sie wird ähnlich wie bei Deadpool und Kollegen so sein. Ja, das ist ironisch gebrochen und fantasiehaft und comichaft überzeichnet und dementsprechend die Zuschauer, das sind ja immer so kryptische Formulierungen, die Zuschauerinnen ab 16 oder 16 Jahre können das verorten und eingruppieren und einsortieren. Und da bin ich mir so an der einen oder anderen Stelle ehrlich gesagt nicht sicher. Denn hier geht es wirklich, was die Gewaltspitzen angeht, die kommen auch so teilweise so unvermittelt, finde ich. Das geht schon ganz schnell in die Vollen. Ja, durchaus. Ich habe auch nichts gegen Gewalt und da gab es auch ein paar Gewaltspitzen, die ich auch amüsant fand und auch nett umgesetzt. Auch ein paar nette visuelle Ideen waren dabei. Aber halt eben diese eine Szene fand ich echt irgendwie uncool. Also, weil der Film halt wirklich immer wieder versucht, mir halt eben diese Figuren schmackhaft zu machen. Sei es jetzt, weil sie komisch sind oder wegen ihren Fähigkeiten und dann kommt halt eben so eine Szene. Und das fand ich unpassend. Und ich habe nichts gegen Zynismus, aber das war halt so menschenverachtender Zynismus, wo ich das Gefühl hatte, da steht dann hinter dem Projektor James Gunn so angelehnt und sagt so, ja, ich bin schon echt zynischer Bastard, ich bin cool. Wo ich mir denke, nee, bist du nicht. Ich meine, das hat James Gunn gar nicht zum ersten Mal gemacht. Es gab ja schon Guns of the Galaxy Vol. 2 so eine Massaker-Szene. Die fand ich aber weitaus weniger schlimm, weil die halt wirklich komediantisch gebrochen war und halt eben, so blöd es klingt, aber da wurden halt eben keine richtigen Unschuldigen, sondern Bedrohungen ausgeschaltet. Das war in dem Fall ja nicht so. Ja, ich fühlte mich ja ohnehin, was den Härtegrad angeht, so ab und zu an den guten alten Klassiker Kommando von, oder nicht von Arnie, aber mit Arnie erinnert. Und da ist ja die Gewalt auch manchmal so comichaft inszeniert, dass man so das Gefühl hat, warum wird jetzt eigentlich da, ich bin jetzt bei Kommando, warum wird denn da jetzt ein Kopf oder einfach ein Arm abgehackt? Das ist doch eigentlich totaler Schwachsinn. Das geht auch anders. Und das ähnliche Gefühl, wenn so Gewalt so zum zynistischen Selbstzweck wird, da finde ich das immer so, ja, das hat für mich irgendwie, vielleicht auch seitdem ich aus der Pubertät raus bin, hat das für mich so ein bisschen diese Edginess nicht mehr. Und dementsprechend finde ich dann manchmal, wenn so die Gewalt gezeigt wird und so explizit auch gezeigt wird und so drauf gehalten wird, egal ob es CGI oder praktisch gemacht ist, finde ich das manchmal ein bisschen zu viel des Guten. Und da bin ich ja ehrlich gesagt noch ein Freund, der diese Variante kennt, dass man einfach was andeutet und dann wegschneidet und nur was hört beispielsweise, Schreie hört oder sowas, finde ich manchmal viel, viel extremer. Da merkt man dann aber auch, wir haben es mit einer Comicverfilmung zu tun und wir haben es mit James Gunn zu tun, der sagt, also wir wollen mal, wie gesagt, wir wollen mal gucken, wie weit wir das treiben können und wie weit ihr mitspielt, mein Spiel, was ich hier mit euch treibe. Gewalt entsteht ja vor allem im Film hauptsächlich durch Action und das Zusatzgott hat eine Menge Action. Wie hat dir denn die Inszenierung dieser Action gefallen? Gut, wobei ich, nun ist die PV ja zwei, drei Tage her, wenn wir aufzeichnen, ich habe jetzt, würde jetzt nicht mehr sagen können, welche besondere Einstellung, welche besondere Szene ich jetzt von der reinen Action her besonders herausragend fand. Das geht mir bei den beiden Guardians-Filmen von Gunn aber genauso. Da ist es für mich so, dass ich die Filme, ein, zwei, ein bisschen weniger, aber den ersten finde ich schon gut, sogar richtig gut, aber bin auch niemand, der die so extremst abfeiert, muss ich da auch dazu sagen. Für die HörerInnen, glaube ich, ganz wichtig zur Einsortierung. Und es gibt, na klar gibt es die eine oder andere Szene, bei der ich denke, ja, die war gut gemacht, aber ich kann mich an die jetzt nicht mehr, ich könnte die jetzt nicht mehr nacherzählen. Es gibt so ein paar Sachen, die sind auch, finde ich, typisch groß, typisch Sommer-Blockbuster, und da fällt dann auch Gunn vielleicht so ein bisschen auf die, oder in die Falle, oder tappt in die Falle, dass er doch dann so edgy, so besonders, so kreativ, so Lust am Zelebrieren von Gewalt, so viel er davon hat, da fällt er dann doch wieder ins konventionellere zurück. Und das sind so Sachen, die mich auch bei meiner später noch anstehenden Bewertung so ein bisschen, ja, ein bisschen Kopfzerbrechen gemacht haben, weil ich muss wirklich sagen, also es gibt natürlich einen Charakter, der sich anbietet, um gute Action zu inszenieren und die ist auch gut inszeniert. Aber nochmal, eine herausragende Szene könnte ich jetzt nicht benennen. Deswegen sage ich, Action ist gut, unterhält, aber mehr auch nicht. Wie ging es dir? Auch so. Kann ich behaupten, dass ich da saß und diese Action-Szene nicht gut fand, aber bei mir ist die PV-Sichtung jetzt glaube ich auch vier oder fünf Tage jetzt schon her. Und so wirklich was festgesetzt in den Synapsen hat sich von den Action-Szenen her nichts, war gut umgesetzt, ist das auf jeden Fall. Aber es ist jetzt nicht so wie bei, was ich, Mad Max Fury Road, den Film, den ich in Sachen Action immer wieder hervorhole, dass ich da noch Jahre später einzelne Action-Set-Pieces so im Kopf habe und abfeiere. Deswegen würde ich die Action auch als gelungen bezeichnen, aber es fehlt halt, wie sehr viel ist bei diesem Film, so der letzte Funke irgendwie, dass ich hier sage, boah, war das gut. Das war richtig gut, ich freue mich wirklich, das irgendwann nochmal auf der Leinwand oder zu Hause auf Blu-Ray nochmal kurz zu gucken. Bin ich komplett bei dir. Ich glaube auch nicht, dass Gunn da jetzt der große Virtuose ist, sondern dass er andere Stärken hat, die liegen dann vielleicht eher auf der schreiberligen Seite. Dementsprechend kann das bei Gunn einfach auch sein, dass das Talent, was er hat, natürlich auch für Filme machen, das wollen wir nicht zu kritisch sein, das reicht schon für einen guten Blockbuster, aber vielleicht auch nicht für mehr. Da ist halt kein George Miller oder kein, sagen wir mal Oldschool, kein Richard Donner, Rest in Peace, oder auch kein böser Vergleich, aber kommen wir vielleicht noch später hinzu, er ist dann auch kein Michael Bay, wo es dann selbst in einem schlechten oder vermeintlich qualitativ schlechteren Film wie Six Underground zwei, drei Szenen gibt, die ich heute noch mir, wenn die mal bei YouTube einfach so zu gucken sind, mir nochmal gerne anschaue, weil das tolle Schauwerte sind und tolle Bilder. Was ich auch teilweise ein bisschen schwierig fand bei The Suicide Squad war das Narrativ. Der Film spielt ja, ich würde sagen, zu 90 Prozent auf so einer fiktiven Insel und er springt halt öfters mal hin und her und das macht ja auch immer ganz nett mit so schönen Texteinblendungen, wo der Film auch sehr kreativ ist, aber irgendwann saß ich da und dachte mir, Leute, ich will jetzt echt nicht doch mal hier zu diesem Bösewicht zurück, der total uninteressant und langweilig ist. Ganz ehrlich, macht voran, weil du hast es ja schon zu Beginn gesagt, der Film geht so um die 130 Minuten und das ist eine Standard-Blockbuster-Länge, aber er fühlt sich stellenweise doch länger an, als er ist. Das ist ja auch so. Also ich weiß auch nicht, ob er sich damit einen Gefallen tut. Ich habe nun vor kurzem einen Vergleichspunkt mit Wrath of Man, der mich auch aufgrund seiner vermeintlich verschachtelteren Erzählweise immer mal so ein bisschen vom Pacing herausgebracht hat. Jetzt war es bei The Suicide Squad bei der einen oder anderen Stelle sicherlich ganz geschickt gemacht, wenn das dann aber dann, wie du auch schon sagtest, wenn es zum vierten Mal passiert, dass ich nochmal wieder in Anführungsstrichen so zurückspule und dann einen Hintergrund bekomme, den ich auch mit einem Cut eigentlich erledigen kann, dann dachte ich schon irgendwann so, okay, entweder das ist beim Fußball wird es mal sein, das Zeitspiel, beim Filmemachen würde ich immer sagen, da ist noch zu wenig Schmiere im Gelenk. Da hätte man auf jeden Fall mit jemandem, der im Cutting Room sitzt und vielleicht auch ein bisschen mehr Kontrolle ausübt oder ein bisschen mehr den Speck von den Rippen nimmt, der hätte vielleicht gesagt, komm, lass das eine Mal jetzt weg. Zoom raus oder zeig es anders und dann kriegen wir das auch nicht in drei, vier Minuten gezeigt, sondern hast das in drei, vier Schnitten erklärt. Denn die Zuschauer, das hat man manchmal auch so ein bisschen das Gefühl, nicht, dass der Film jetzt hier Exposition Dude ist, so wie Nolan oder so, aber es ist schon so, dass man manchmal das Gefühl hat, dass der Film oder die Filmemacher also kann sich nicht so ganz darauf verlassen, dass ihr Publikum auch schlau genug ist, um alle Zusammenhänge zu verstehen, sondern das ist dann schon manchmal so ein bisschen, gerade dieses, wir spulen noch mal ein bisschen zurück oder wir gehen noch mal zwei, drei Minuten zurück ja manchmal auch nur oder zwei, drei Tage, da finde ich das manchmal so, das kann man auch eleganter lösen, indem man diese zugegebenermaßen sehr kreativen Einblendungen, die kann man auch weglassen, finde ich. Manche Filme tun das ja mittlerweile wieder, andere, so wie Black Widow und andere Konsorten machen das ja mit so großen Buchstaben, dass man mittlerweile das Gefühl hat, man wird da eigentlich als Zuschauer fast schon veräppelt, dass man da jetzt irgendwie Cleveland in Schriftgröße 135 auf die Deinwand knallt. Solange es sich mit WordArt passiert. Was ich ganz interessant fand, ich habe vor ein paar Tagen gelesen, dass Warner, James Gunnby gesagt hat, du kannst machen, was du willst, aber bitte Harley Quinn muss dabei sein, weil Harley Quinn ja im ersten Suicide Squad einer der wenigen positiven Punkte waren und jetzt in Birds of Prey, der war kein großer Erfolg, aber Harley Quinn ist sehr beliebt und ich kann das verstehen und ich mag auch Margot Robbie sehr als Harley Quinn, aber bei The Suicide Squad gab es so ein paar Szenen, die wirkten auf mich so, die sind einfach nur drin, weil Harley Quinn ist beliebt, wir müssen das jetzt machen. Ging es dir da ähnlich? Ja, weil sie natürlich ein bisschen auch von ihrer Verrücktheit einbüßt, einbüßt, Entschuldigung, im Vergleich auch jetzt zum 16er Suicide Squad, da war sie natürlich so mit die verrückteste Figur und hat ihren Cast, wenn man ehrlich ist, so ein bisschen überstrahlt und jetzt ist es so ein bisschen dieses, wieder leider eine Fußballanalogie, aber ich finde sie ganz passend, wenn du halt der beste Spieler beim, nehmen wir mal HSV, wenn du der beste Spieler beim HSV, beim Hamburger Sportverein bist oder beim FC Köln oder bei Holstein Kiel und dann gehst du zu einem größeren Verein, jetzt nehmen wir mal gleich, wenn wir da, sagen wir mal FC Köln, du gehst nach Leverkusen, ich weiß, ist gemein, aber dann bist du halt nur noch einer von vielen und das ist, finde ich, ein bisschen das Problem mit Harley, also das eine von, finde ich, zwei Problemen mit Harley Quinn in diesem Film. Das andere, ja, ist noch kein Spoiler-Territorium, das kann man schon sagen, sie hat so eine Art von Subplot, der ist auch gar nicht, sage ich jetzt mal, der ist schon interessant gemacht und alles auch, also die Puente funktioniert auch einigermaßen, aber A, riecht man die, also sie stinkt bis zum Himmel, also ich saß da und das hat mich nicht überrascht und B, hat man das Gefühl, okay, und was bringt das, also das ist immer so die Todesfrage eigentlich für den Drehbuchautor oder für den Plot, okay, und wozu wurde das jetzt gemacht? Und wenn man sich das schon während der Vorstellung fragt und nicht erst im Nachhinein, das ist ja manchmal so, dass man dann im stillen Kämmerlein überlegt und sagt, was habe ich da, also das war doch eigentlich doch jetzt gar nicht nötig und bei dem ist das schon so, dass man das schon im Film merkt, ja und wo führt das jetzt hin? Also was sollte das jetzt? Und das fand ich so ein bisschen, ja ein bisschen schade für die Figur an sich und man merkt auch eventuell, dass die Pflicht, sozusagen Harley Quinn einzubinden, von Gunn entsprechend auch umgesetzt werden musste und er da vielleicht nicht so den letzten Zug hatte und auch gesagt hat, ja dann lösen wir das so. Es ist sicherlich nicht holprig oder unelegant, aber es fügt sich für mich nicht so in diesen gesamten Film organisch ein. Jetzt haben wir ja schon viel gemeckert, wohl auch immer mit einhergehend, dass wir gesagt haben, das ist trotzdem ein unterhaltsamer Film. Was ich aber wirklich richtig toll fand, es gab ein paar Figuren, die habe ich so das Zusammenspiel zwischen den Figuren sehr gefeiert und das war vor allem Idris Elba als Bloodsport, das war John Cena als Peacemaker, das war eine junge Dame, deren Daniela Melchior, glaube ich, heißt sie, als Redcatcher und es ist nur die Stimme, aber Svester Stallone als King Shark. Da schafft es der Film für mich wirklich so eine Art Gruppendynamik zu entwickeln, die kurzweilig ist, die mich vergessen lässt, was da eigentlich sonst vorgeht und dass es teilweise irgendwie Psychopathen sind. Das Einzige, was ich teilweise ein bisschen schade fand, ich habe halt im Vorfeld schon den einen oder anderen Teaser oder Trailer gesehen und gerade so bei Peacemaker hatte ich das Gefühl, dass sie da schon alles im Werbematerial verbraten haben. Das fand ich ein bisschen schade, aber es soll ja, oder es kommt ja jetzt nächstes Jahr diese Peacemaker-Serie. Ja, bin ich gespannt und gleichzeitig bin ich ja froh, nachdem in Fast Night mir John Cena gar nicht gefallen hat, Oh ja, da war er ganz furchtbar. Das ist ein Film, da darf er nicht seine vermeintlichen geringen Schauspielstärken ausspielen. Das ist nämlich dieses augenzwinkernde Humorvolle. Das hat er schon drauf. Er hat es noch, finde ich, nicht so, es ist noch nicht so ganz, dass ich das normal natürlich gespielt finde bei ihm, aber es war um Klassen besser als in Fast Night als temporärer Antagonist, um das mal so zu sagen. Da ist die Peacemaker-Figur, aber da hast du auch vollkommen recht, das Pulver, das war schon in den zwei Trailern auch, die ich gesehen habe, eigentlich schon relativ deutlich verschossen. Es ist spannend, dass wir auch für dich viele der neuen Figuren richtig gute Momente miteinander haben. Wir haben ja nur noch von früher in Anführungsstrichen an Bord Mr. Rick Flagg, sprich Joel Kinnamann, der mich hier mehr überzeugt hat als im 16er Suicide Squad und ich habe mich eigentlich im Nachhinein aber nur gefragt, warum hat er mich eigentlich mehr überzeugt? Denn so viel mehr Screentime hat er jetzt ja auch nicht. Ich glaube, es liegt daran hauptsächlich, dass Gunn ihm bessere Dialoge geschrieben hat als im ersten Teil oder im 2016er Suicide Squad, wo er ja so Sachen sagt, so das ist Kitana, ihr Schwert wird eure Seele einfangen, so aus dem Nichts einfach und vor allem hat er was Menschliches. Der ist zwar auch knallhart, aber ich finde, der wirkt auf mich so noch am humansten, auch wenn er, wie gesagt, auch sehr, sehr schlimme Sachen macht, aber irgendwie habe ich dem wirklich gerne zugesehen und ich würde so weit gehen, dass das vielleicht von den alten Hasen, die jetzt wieder mit dabei sind, meine Lieblingsfigur ist. Die hat auf jeden Fall am meisten gewonnen, finde ich ja und es ist spannend, dass es so in dieser ganzen Expendables-Truppe, nenne ich die jetzt einfach mal, das hat jetzt nichts mit dem Film zu tun, das wissen aber auch unsere HörerInnen, ist er ja auch der Einzige, der quasi institutionell handelt, das heißt, er ist jetzt nicht geholt worden und wird erpresst, das ist ja im 16er Suicide Squad schon eher der Fall, das heißt, wir haben es ja eigentlich mit der Reinkarnation oder Inkarnation des Institutionellen, der Regierung, des Soldaten zu tun und trotzdem kommt er hier um Längen besser weg als im 16er-Film. Mag vielleicht auch wirklich daran denken, dass er nicht so Exposition Dumps machen muss, wie dieses von dir schon zitierte, das ist hier Katana, ihr Schwert, fängt die Seelen der Leute ein. Ja, danke, okay, das wäre vielleicht spannend, dass wir das herausfinden im Laufe des Films, aber naja, so war es halt im weniger gelungenen, vorsichtig formuliert, weniger gelungenen Suicide Squad. Über welche Figur ich auch noch gerne reden möchte, ist die von Bloodsport, gespielt von Idris Elba und ich mag Idris Elba, ich liebe ihn in The Wire, ich liebe ihn als Lufa, nur der arme Mann hat, was seine Rollenauswahl angeht, nicht immer so ein glückliches Händchen, finde ich, aber die Rolle des Bloodsport, die passt. Es macht mir einfach Spaß, zuzusehen, wie um Bloodsport herum alles in Chaos ausbricht und er einfach nur da steht und sagt so, aha, großartig, könnte ich mich schlittenlang angucken. Ja, er hat, finde ich, eine sehr, sehr, er hat eine undankbare, dankbare Aufgabe, denn wir wissen ja auch so ein bisschen, wenn wir uns mit der Entstehungsgeschichte befassen, dass eigentlich ja Will Smith schon im 16er Suicide Squad Deadshot gespielt hat und eigentlich zurückkehren sollte und dann aufgrund von Terminkoordination und Terminkollisionen, Entschuldigung, das Wort fiel mir nicht ein, dass er dann einfach das Projekt verlassen musste. Ich weiß gar nicht, ob das so unfreiwillig für ihn war, denn so richtig, also ich zumindest fand, Will Smith als Deadshot nicht ganz überzeugend, weil er doch wieder auf das Saubermann-Image, Familienvater und eigentlich sieht man ja, ich glaube, bis auf einen Kill sieht man ja keine bösgemeinte, keine bösgemeinte Tötung von Deadshot und da hat es natürlich der jetzige Film, den wir hier vorliegen haben, viel, viel einfacher und so hat Idris Elba es auch viel einfacher als Bloodsport. Der wird hier schon in der Expositionsszene und Einführung des Charakters, das wird er einmal fast ähnlich angelegt wie Deadshot und dann doch ganz anders und das fand ich herrlich zu sehen, weil Idris Elba das auch spielen kann. Der ist dann halt nicht eitel und möchte sein vermeintliches Image irgendwie pflegen, sondern der pflegt sein Image, dass er ein super guter Schauspieler ist und dass er einfach, dass ich den auch richtig gerne in allem sehen mag, was der macht. Das kann dann sogar mal auch wie Dark Tower weniger gelungen sein. Das ist ein bisschen wie mit Whisky, es gibt eigentlich nie einen schlechten Idris Elba, sondern es gibt ihn in weniger guten und es gibt ihn in schlechten Filmen, aber er selber überzeugt doch fast immer. Was ich auch schön finde an der Suicide Squad ist die Auswahl dieser Anti-Helden, denn der erste Suicide Squad, da wurden die Helden ja schon so ausgewählt, zumindest nach meinem Empfinden, was ist cool, was spricht die breite Masse an, was finden 14-jährige Teenager geil. Wahnsinn, guck mal, der hier kann super schießen und das ist eine verrückte Wissenschaftlerin und die hat ein Samurai-Schwert, super toll und darauf pfeift Gun hier ziemlich. Das sieht man halt vor allem durch Polka Dot Man, wahrscheinlich der uncoolste Superheld oder Anti-Held, den ich jemals in einem Film gesehen habe, aber der ist auch herrlich durch seine abgedrehte Art. Das ist auch vom Casting also ein typisches Gun-Casting, wenn er da David Destmelchian castet, den man so als Gesicht natürlich kennt, Ant-Man 1, 2, unter anderem auch Dark Knight in der kleinen Rolle, der aber ja so an sich jetzt kein großer Superstar ist, aber der passt halt wie die Faust aus Auge auf diesen Polka Dot Man-Charakter und ich bin ehrlich, wenn man so das Marketing verfolgt hat und die ersten Ankündigungen, die damals ja nur aus diesem riesen Poster bestanden, wo alle mit Namen und wen sie spielen genannt wurden, also seinen Namen wusste ich noch, aber bei Polka Dot Man dachte ich, what? Was wird das denn jetzt? Und ja, das ist, finde ich, eine von mehreren Figuren, die neu auf der Bildfläche erscheint, von dem genannten Bloodsport auch schon inkludiert, die einfach wirklich richtig gut funktionieren und die auch tolle Momente hat, der man auch so, ich finde, der hat eine sehr, sehr gute geschriebene Rolle, weil der eigentlich sämtliche Emotionen zeigen darf. Das ist ja bei so coolen Personen, wie das beispielsweise Will Smith im 16er Suicide Squad war, der durfte ja auch nicht viel seiner, vielleicht auch gar nicht vorhandenen, weiß man ja nicht, von seiner Bandbreite zeigen und hier, Damascene kann ja eigentlich, kann ja fast alles zeigen, was so, was Freude angeht, was Traurigkeit angeht, was, was sich Erschrecken angeht, was Action angeht, das ist schon, schon eine richtig gut geschriebene Rolle für ihn, finde ich zumindest. An einer anderen Stelle würde ich ein bisschen das doch sehr, sehr einfache Casting und das einfache Gunn-typische nehmen. Den von dir bereits angesprochenen King Shark, der wird ja nun im Original gesprochen von Sylvester Stallone, das ist für mich, ich weiß nicht, wie es du siehst, aber für mich ist das eigentlich so, eigentlich der Groot dieser Suicide Squad. Ja, das ist ganz klar der Groot, der hat ein paar schöne Momente, vor allem halt mit dem Zusammenspiel von Redcatcher, das ist auch einer der wenigen Momente, wo Gunn versucht halt Emotionen zu evozieren, dann das bei mir funktioniert hat, weil Emotionen evozieren versucht er hier relativ häufig in dem Film und nicht immer funktioniert es, aber mit King Shark doch hat funktioniert, dabei bin ich gar nicht mal so ein großer High-Fan. Nee, ich auch nicht. Aber King Shark hat wirklich ein paar sehr amüsante Momente und ist vermutlich die lustigste Figur neben dem, ich nenne es mal Mutterwitz des Polka-Dot-Man. Das finde ich auch. Ich muss allerdings auch sagen, wie gesagt, wir sind ein bisschen noch in diesem Zwischending zwischen kritisieren und mögen, so lustig einige Momente mit der King Shark Figur sind, umso einfacher fand ich es dann manchmal, wie mir Emotionalität gezeigt wurde. Da gibt es dann so eine Sequenz, die wir auch aus Spoilergründen nicht nennen, aber das ist dann, eigentlich siehst du diesen Anfang der Szene und du weißt, okay, jetzt werde ich also dazu gebracht, dass ich diesem High auf zwei Beinen eine Art Persönlichkeit zugestehe und dass ich mit dem fühle und mit dem fiebere und das mag auf den ersten Blick immer ganz gut funktionieren, wenn man dann irgendwann die Ratio einschaltet, dann denkt man manchmal auch, okay, das war jetzt ein guter Trick, hat er gut gemacht, hat auch kurz funktioniert. Ich glaube, beim zweiten Mal, beim zweiten Sehen funktioniert es nicht. Das ist bei Groot, glaube ich, ein bisschen anders, muss ich ehrlicherweise sagen. Bei King Shark muss ich die zweite Sichtung abwarten, ob ich da immer noch so on the edge of my seat sozusagen bin. Ist das Suicide Squad denn ein Film, den du dir jetzt noch mit dem Kino anguckst oder würdest du jetzt warten, bis es im Heimkino erscheint? Das ist eine schwierige Frage, weil wir ja nun in dieser privilegierten Situation sind, dass wir in der PV doch häufiger die OV sehen und ich kann mir ehrlich gesagt jetzt, also ich habe auch keine Lust, dazu kenne ich als, so peinlich wie es ist, aber als jemand, der noch Wrestling sehr lange verfolgt hat in den letzten Jahren, jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so sehr, aber zumindest noch in den 2000ern und auch 2010ern und dementsprechend ist mir John Cena beispielsweise natürlich auch noch als Wrestler mit Promos in Erinnerung und ich kann dem gar keine Synchronstimme abkaufen. Das war vielleicht auch ein Fast-Nein-Problem, den habe ich halt auf Deutsch geguckt und das funktioniert für mich überhaupt nicht. Ich will von Idris Elba einfach den britischen Akzent hören. Ich will Stallone hören. Das sind so Sachen, die will ich hören und deswegen, das ist einerseits ein organisatorisches Problem, dass man hier immer vor Ort in der OV besuchen kann und ich weiß nicht, ob ich jetzt schon sofort nach zwei, drei Wochen da eine zweite Sichtung brauche. Es gibt Filme, da bin ich in meiner, wenn ich eine Kritik schreibe oder wenn ich drüber spreche hier im Podcast, bin ich mir manchmal bei der Bewertung noch nicht ganz so sicher, weil ich dann denke, da brauche ich eigentlich eine zweite Sichtung. Bei dem würde sie sich jetzt nicht sofort aufdrängen, weil es glaube ich, vorsichtig formuliert, dass die ein oder andere Überraschung beim zweiten Gucken schon natürlich seine oder ihre Wirkung nicht mehr so zeigen kann, weil man natürlich weiß, was einen erwartet. Und ich bin mir noch unschlüssig. Ich würde ihn glaube ich jederzeit noch mal ein zweites Mal sehen im Heimkino auf der großen Leinwand. Da kommen wir wieder zu dem Punkt vorhin, den wir genannt haben, die Action. Ich weiß nicht, ob diese Action unbedingt die große Leinwand braucht. Ja. Das ist eine schwierige Frage, weil ich auch, ich habe auch in meiner Kritik, glaube ich, den kürzesten Satz zur Action geschrieben. Ich habe geschrieben, die Action ist gut. Und das war's. Ja. Das bringt es auf den Punkt. Das ist einfach, ja, es ist okay. Gerade am Ende, sagte ich ja schon, fällt man doch viel in gewohnte Muster. Aber es ist für mich nichts, was jetzt, ne? Ja. Wobei der Showdown, ich glaube, das meintest du mit gewohnte Muster, ne? Ja. Also einerseits natürlich auch vom klassischen Drehbuchaufbau, dass wir also auf einen großen Showdown hinsteuern und dann auch wieder umgesetzt ist. Der Showdown, ich würde den ja zweiteilen. Und zwar einmal da, wo sich so zwei Grüppchen bilden, wo der Film auch wieder irgendwie unschön so hin und her springt, wo auch sein Pacing wieder ein bisschen mit Füßen tritt. Und dann halt eben nochmal der ganz, ganz große Showdown, wo dann etwas die Insel unsicher macht und das wurde schon in den diversen Trailern gezeigt und verraten, aber ich werde sie trotzdem nicht erwähnen, denn vielleicht habt ihr das ja draußen noch nicht gesehen. Gibt es halt wirklich Bombast Action, so wie halt es gewohnt ist. Und seltsamerweise fand ich das ganz nett. Obwohl ich, wenn man mal Vergleiche macht mit Black Widow, war das einer meiner großen Kritikpunkte an Black Widow, weil da der Showdown auch so bombastisch und so aufgedunsen war. Es ist ja bei The Suicide Squad auch, aber hier, und ich weiß nicht warum, hat es mir gefallen, hat es mich abgeholt. Ja, das ist interessant, dass du das sagst. Also bei mir war es nicht ganz so abgeholt. Bin auch von dieser Formulierung immer wieder überrascht, weil ich weiß gar nicht, wo ich abgeholt werden sollte. Aber ich bin mir da bei der Action und beim Showdown vor allen Dingen, weil du ja auch schon sagtest, das ist wieder ein Problem von Trailern, dass wenn wir HörerInnen haben, die den Trailer nicht gesehen haben, seid froh, weil ihr einfach dann mit noch weniger Erwartungen, ah jetzt passiert nur noch das oder das und die Szene habe ich im Trailer gesehen, das muss dann ja noch kommen und ich warte darauf. Und natürlich weiß man nun, spätestens wenn man so eine Synopsis mal liest, dass da irgendwas noch auf einen zukommt und wenn man den Trailer gesehen hat, weiß man fast exakt, was auf einen zukommt. Ja, es ist auch eine Menge Kreativität noch drin, wenn man James-Gunnt-Filme nicht kennt, ist man sowieso überrascht, wenn man die kennt, dann sieht man so die eine oder andere gewohnte Umsetzung vorsichtig formuliert. Aber dementsprechend war ich so, ich war so semi-angetan, weil ich irgendwie so das, ja wie soll man das sagen, ohne zu spoilern. Ich war mir nicht sicher, was mir Gann jetzt noch, also wie er mich jetzt noch überraschen kann, wenn er doch jetzt auf diese konventionelle Art versucht zu enden. Es gab eine Szene, die hat mich, was heißt mehr überrascht, aber die hat mich dann eher interessiert an dem, was noch kommt, als jetzt die, die große Nummer am Ende. Ich glaube, warum ich diesen letzten Showdown, der so groß ist, gemocht habe, ist, dass er sich im Prinzip in so einem Gebiet aufhält, der sehr klassisch ist, also höher, schneller, größer, weiter, spektakulärer, aber halt das mit einer, mit einem Ding, nenne ich es mal, was irgendwie nicht so richtig reingepasst hat. Und das fand ich ganz schön. Es hatte so was schön Trashiges. Ja, absolut. Da bin ich auch voll bei dir. Und es gibt sogar, also man hat auch manchmal ein bisschen das Gefühl, als würde einem der Filme und auch ganz versuchen, so ein bisschen zu veräppeln, aufgrund seiner erfahrungsgemäßen Sehgewohnheiten. Da gibt es, finde ich, ich hatte vorhin schon mal den Namen Michael Bay ins Spiel gebracht. Da gibt es zwei Szenen. Eine können wir auch erzählen. Da läuft die Suicide Squad von der, ich glaube, die größte Amerika-Fahne, die ich kenne. Und hat eine Musikunterlegung, die auch relativ brachial ist. Also es ist nicht humorvoll sozusagen manipuliert. Ich bin nicht mit, die Leser oder Zuschauerführung ist nicht so, dass ich wissen muss, dass es jetzt eine Persiflage ist. Und dennoch sitze ich da und denke, ich glaube, hier wird gerade ein Michael Bay-Film verarscht. Dann gibt es eine zweite Szene, da kommt ein Helikopter tief oder so ein Fluggerät kommt tief in der Nacht an. Fliegt aber ähnlich vom Schnitt her an, wie das typische Michael Bay überstrahlte Lens-Flair gesättigte Bild. Und man hat zwei, dreimal und das war es dann beim Showdown auch eine Sache, die ich dann im Kino zumindest so gefühlt habe, habe ich das Gefühl, ich werde hier glaube ich ein bisschen verarscht gerade. Oder es wird zumindest das Blockbuster-Kino auch ein Stück weit persifliert. Und das mochte ich am Showdown ehrlicherweise. Ich glaube, wir können jetzt auch mal zu unserem Showdown kommen, nämlich zu einem Fazit. Und ich würde vorschlagen, wir vergeben heute keine Punkte, sondern wir vergeben, zu Ehren von King Shark vergeben wir heute Nom-Noms. Nom-Nom. Timo, 0 bis 5 Nom-Noms für The Suicide Squad. Wie viel gibst du? Ein gewinnt vor Nom-Noms. Ich habe vier gegeben. Ich fand den Film wirklich, also erstmal muss man wirklich sagen, wir haben zwar auch viel verglichen zwischen 16er Suicide Squad und jetzt The Suicide Squad. Ich habe irgendwo auch mal gelesen, das The hat er sich schon nach einer Viertelstunde verdient. Das ist für mich eine Schwachsinn-Schreiberling-Formulierung. Ich habe selber formuliert, also selbst wenn es jemals einen David-Ayer-Cut oder einen David-Ayer-Suicide Squad gibt, der 8 Stunden 50 geht, der kann nicht mal ansatzweise so bad shit crazy sein, wie das James Gunn mit seiner Version gemacht hat. Und das ist brutal, das ist witzig, das ist auch wendungsreich. Und am Ende sage ich auch, was wollte ich denn mehr? Ich kann keine Revolution erwarten in diesem Genre. Ich kann auch keinen, ich zumindest kenne wenig Comic-Verfilmungen, die das Prädikat-Meisterwerk von allen bekommen. Da gibt es immer Differenzierung und immer Stimmen dazwischen. Deswegen vier von fünf Nom Noms. Ich bin, ja, ich pendel mich so zwischen drei und dreieinhalb Nom Noms ein. Es gab wirklich Momente in dem Film, die habe ich gefeiert, die fand ich toll, es gab Momente, die fand ich sehr schwach und ich habe mich halt beim Schauen immer wieder erwischt, dass ich dachte, Leute, macht mir bitte voran. Und deswegen hat es nicht so ganz ausgereicht, dass das Suicide Squad mich ähnlich begeistern konnte wie beide Guardians of the Galaxy, denn ich mag wirklich beide sehr gerne. Ich mag den zweiten sogar noch lieber als den ersten und deswegen von mir zwischen drei und dreieinhalb Nom Noms. es ist definitiv kein schlechter Film, vielleicht ist der Hype ein bisschen zu groß, vielleicht waren meine Erwartungen auch einfach zu groß. Nichtsdestotrotz, wenn ihr eine gute Zeit im Kino haben wollt, dann geht da rein und wenn ihr James Gunn kennt, dann werdet ihr auch da euren Spaß haben und ich hoffe, ihr hattet hier mit uns euren Spaß, wir haben uns zumindest Mühe gegeben, könnt ihr es auch gerne buchen für Kindergeburtstag und Beerdigung. Absolut. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören, denkt dran, ihr könnt den Telestammtisch unterstützen, einfach bei Spotify folgen oder uns bei Apple Podcast eine positive Bewertung dalassen. Warum? Weil wir es verdient haben, so ehrlich wollen wir sein und ich sage Tschüss und dir, Timo, gebührt das letzte Wort. Tschüss. I see you next time. Yum, yum. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir als Redaktion des Telestammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.